so nein hier ist zu verdammt geht aber ganz schön die knie der rechner hier das ist doch mit einer blöden rauchbombe in ruhe so 18 bewaffnete gegner da sind vielleicht die von oben gewesen okay ich mache jetzt doch gleich eine aufnahme pause ich mache dann weiter wenn ich fertig gepatcht ab ja ja das sind sie von oben gott sei dank hat schon hier unten wenn sie auf 18 gegner da haben wir noch ein trophäer jetzt haben wir hier den langen gang freigeschaltet sehr schön dann können wir zur u-bahn haltestelle rüber laufen jokers auf was joker ausgestoßen naja also wundert euch bitte nicht wenn das hier alles so etwas langsamer gerade läuft so okay da haben wir wieder ein paar typisch zum verprügeln ah ja und hier haben wir die drittler falle bin mal gespannt wie die funktioniert was fängt mit einem ticken an und endet mit einem knall eine bombe war das jetzt richtig er speichert gerade und dem dark night ist es nicht gelungen meine herausforderung zu bestehen verstehe ich nicht habe ich nicht verstanden das ist ich wusste dass das viel zu schwierig für dich wird war das rätsel ist jetzt einfach alle drei trophäen zu holen ok gucke ich jetzt in die richtung der u-bahnstation ja gut dann mache ich jetzt ein bisschen u-bahnstation weil ich brauche lebensenergie moment da gibt es doch auch noch eine kampf herausforderung glaube ich von blüttler oder moment oh ja habe ich eine ganze menge jetzt geholt ähm hier äh wie war das denn war das ist eine von denen hier führe schub ausschalten durch setze umgekehrten bed springen ein um einen gegner umzustoßen tritt einen gegner während du seilwerfer befindest setze selber verfolgen nicht mehr mit dem turbo rangs steuere maximal schub nein stromleitungen werden eine kombo 1 5 benötigste explosiv kill schnelle freeze schuss bla 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 schalte zeigt nehmen gleichzeitig verstärkten gleitangriff aus trifft ein sprengwerbes abweg einen battering starte einen betäubten gegner bla 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 gleite 30 meter weit nein ah hier haben wir es setze eine distanz stromladung ein dazu ein um vorübergehend störgeräte im rucksack zu deaktivieren schnell peitsche ein ok hörte gut das kriege mit catwum auf der brücke einer nein auf der brücke ist keiner so erstmal hier ein bisschen hin und her schwingen so und wieder weg ich dachte sind nur vorübergehend deaktiviert ich bin mir sicher dass es von da kam bloß oben bleiben so und verhören schubs runter finde ich gut ich bin mir jetzt alles was du über regler weißt bitte ich glaube nicht nur da doch hier ist irgendwo was war wo hier ist nix wenn wir hier rauf gehen wo ist denn die blöde trophäe hier ist nichts mehr gucken wir mal nach ach nee die ist er ok 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 Ja, drüben irgendwo ist die, glaube ich, drin. Hier irgendwo. Oder? Nee, vollkommen falsch. Genau hier in die Richtung irgendwie muss ich rüber. In die Richtung muss ich irgendwie rüber. Schauen wir jetzt nochmal auf die Karte. Nein. Ich versuche jetzt erstmal grob die Richtung zu visieren, wo ich hin muss. Dahin. Okay. Ah, hier ist eine Tür. Die Tür habe ich gesucht, genau. Oh, die habe ich gesucht. So, und dann müsste die hier irgendwo sein. Da unten ist er. So, dann hätten wir die auch schon mal freigeschaltet. Ach, freigeschaltet. Die haben wir auch geholt. Dann gehen wir jetzt aber erst nochmal zurück in die U-Bahn-Haltstelle, denn da ist auch noch eine Trophäe. Die will ich auch noch eben holen. Und dann müssen wir ohnehin nochmal ins Museum zurück. Aber einen Keks nach dem anderen essen. So. So, und jetzt einmal nach rechts rüber. Die hängen ja auch gerne mal hier irgendwo unter der... Unter der... Dingens... Aber unter der Decke, wollte ich sagen. Gewissermaßen hatte ich ja recht. So. Dann hätten wir das auch. Und dann gehen wir jetzt einmal hier lang. Ich hoffe, ich kann die jetzt kaputt machen. Diese komischen Dämonen, die ich das letzte Mal schon kaputt machen wollte. Jo, hau dich am... Stacheldrohr hat kaputt. So. Dann gehen wir jetzt in die Tiefen von Wanda City. Während der hier natürlich mal wieder lädt. Ah ja, bei StarCraft 2, bei einem Update, da hatte ich den Fehler. Eine benötigte Datei konnte nicht gefunden werden. Da musste ich mich erstmal schlau machen, was das überhaupt für ein Problem ist. Das ist aber wohl ein bekanntes Problem. Ich musste tatsächlich bestimmte Dateien aus dem Verzeichnis in den Papierkorb verschieben. Nicht löschen, nur in den Papierkorb verschieben. Und wenn ich das Spiel jetzt gleich gepatcht habe, dann kriege ich eine Meldung, dass irgendwie Dateien zur Installation fehlen. Dann muss ich in den Papierkorb gehen. Und... Oh, oh. Und... Ähm... Diese Dinge... Diese Dateien wieder in den Papierkorb zurück verschieben. Nicht überschreiben, aber zum Verschieben muss ich die dann da wieder hinpacken. Mal gucken, ob ich das überhaupt gleich hinkriege. Hui! Oder ob ich das Spiel dann doch wieder neu installieren muss und dann nochmal versuchen muss, bis ich es ja geschafft habe. Ja, komm, mach jetzt. Das ist... Oh, ja. Ja.